Ich habe übelst wieder Zombies bei mir. Ich versuch's jetzt mal, ja? Ja. Ich würde mal sagen, 400 Meter gesprach. Ich bin hinter dir und versuch die Zombies abzulenken. Können wir ein Zombie grunzen? Ich würde jetzt mal versuchen zu dem, ähm, diesem Satelliten-Master zu kommen. Okay. Ja, machen wir. Was soll denn der Scheiß? Ich habe wieder mit einer SD-Waffe geschossen. Hast du vielleicht keine SD-Money? Das würde ich eigentlich haben. Ich renne durchs Haus durch, ja? Ah, hier liegt eine Waffe drin. Ah, das hat mich für mich aber auch erledigt. Ach, wo komm ich denn hin? Ich hätte eigentlich in der Base zu sein, oder? Geradezu? Äh, nee. Oder kann man da Wachtürmchen bauen? Ja, man kann ein Wachtürmchen bauen. Aber ist trotzdem offen, also... Da steht übrigens ein Auto oben. Ja. Oh nein, kein Zombie mehr hinter uns. Ah, jetzt hast du den aktiviert. Oh Gott. Doch, das ist eine Base. Der ist zugebaut. Und ein Heli. Wenn der jetzt nicht abgeschlossen ist, dann schmeiße ich mich weg. Also abgeschlossen. Wollen wir noch beim Auto gucken? Ja. So beim Auto, dann gehe ich schon zur Antenne hoch. Ja. Dann gehe ich meinen Sniper raus und gucke mal Richtung Erfield. Und? Leider ein Rad kaputt. Und der Fuel Tank. Ja, jetzt können wir die Rutschen. Können wir die Rutschen noch. Also jetzt muss ich mich jetzt mal verbinden. Gleich einen hätte gekriegt. Kommi. Ich bin jetzt am Turm. Ja. Ich blut mal kurz ein bisschen vor mich hin. Digga, hier liegt ein toter Spieler. Ja, dann loote ich immer. Also ich sehe auf jeden Fall Zombies auf der anderen Seite des Erfields. Also müssen hier irgendwo Spieler sein. Ich verbinde mich erstmal und genau vor mir liegt einer. Ich nehme jetzt mal die Sniper an und scanne mal ab. Ich gehe jetzt mal offen. Der hat einen OC-14-Scope mit Magazin. Ah, er hat einen Werkzeugkörper. Gut. Ich habe mal Verbandszeug. Herzmittel kann man hier brauchen. Ich sehe einen Sniper liegen. Scheiße, was ist das für eine Entfernung? Oh, fuck. Ich habe übel viele Zombies bei mir. Ich versuche es jetzt mal, ja? Ja. Ich würde mal sagen, 400 Meter könnte passen. Ich bin hinter dir und versuche die Zombies abzulenken. Äh, um loszuwerden. Ich sehe bis dahin, wie ich schon sein schlafe. Ich versuche langsam zu dir hochzukommen, ohne Zombies mitzubringen. Und dann kann ich im Fernglas noch ein bisschen gucken. Ja. Bist du exakt beim Turm? Ja, ziehe ich ihn auch. Gut, Zombies bin ich los. Guckst du links aufs Erdfeld? Ich sehe hier keinen einzigen Schuss einschlagen. Guckst du links aufs Erdfeld? Nee, über das Erdfeld drüber. Ja, aber das ist ja links vom Turm. Ach so, Alter, das ist noch mehr. Ich sehe dich. Nein, fuck. Er hat mich getroffen gleich. Mich hat er getroffen. Ja, mich hat er getroffen. Mich hat er auch getroffen. Ich muss weg. Loote. Weg auch. Fuck, man, das waren 800 Meter oder noch mehr. Ich muss mich kurz verbinden. Ich kann ins Haus rein, um mich zu verbinden, ja? Ja. Ich würde schwer dann die Chance, ihn zu umgehen. Über einen ganz weiten Bogen. Ich kann ja gewiss sein, die Leute nicht ganz genau, wo er ist. Äh, ich bin krank. Im Ernst? Ja. Dann würde ich sagen, äh... Ja, wir müssen versuchen rumzukommen und dann versuchen wir ihn irgendwie... Vielleicht hat er Antibiotika oder so eine Scheiße bei. Ja, warte mal. Hier gibt's ein Bürogebäude. Guck halt mal auf der rechten Seite, also gegenüberliegen vom Airfield, ob es ein Krankenhaus gibt. Also, du kannst, äh, ich werf noch mal einen Blick kurz. Ey. Ey, ob... Ich sehe einen Spieler und noch das... Du bist der, ne? Du bist der, ne? Ja, ich bin stehen. Ja, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Mein Problem ist, dass ich nicht in der Wurste oder nicht in der Wurste, wo er war. Problem ist, ich muss dir auch ehrlich sagen, ich hab noch ein bisschen Schüssehn gemacht, weil ich dachte, der hat mich schon möglicherweise gesehen, deswegen halt nicht über die Map gerangt. Ich war mir nix mal in Ruhe. Wo ist denn langgewand? Gerade auf die Mauer, also auf die Mauer zu und dann rechts. Okay. Aber du musst nicht zwangsläufig den gleichen Weg laufen, weil dann erwischtest du uns unter Umständen wieder. Ja, wo war er denn ungefähr? Ja, ich sehe hier gerade Hangar, Hangaren. Dahinter, über die, über das Rollfeld drüber und dahinter gingen dann, da sind doch Zombies gelaufen. Achso, okay. Da dann, ähm, auf einer Waldschräge. Verlegen. Aber auch schon, aber auch schon recht gut versteckt, muss ich sagen. Also beim kurzen Rüberspotten habe ich auf jeden Fall kein Krankenhaus entdeckt hier. Oh, könnte das eins sein? Nee. Also, Digga, wenn ich richtig Pech habe, wer geht's gleich weg? Ich snipe? Oder bis snipe, Dig, weiß ich nicht. Wenn man der fehlt drüber muss. Ich bin ernst weit rechts hinter dir. Noch rechts hinter mir? Du bist ja Richtung Wasser gerannt, ne? Ja. Hätte ich gerade mal kurz gesehen. Ich hab gerne aufpasst, dann sieht er die Zombies. Hier, wo er mal wieder am Abhusten ist. Oh, der dreht jetzt über dem R4 drüber. Oh. Lauf in etwa, in etwa so wie du. Ich weiß ja nicht genau, wo du bist. Aber eigentlich doch, dir folgt Zombie. Jetzt nicht mehr. Ich hab so eine Idee, wo er sein könnte. Jetzt ein bisschen weiter links von uns, wo wird R4L überquert haben. Ja, ja. Richtig. Genau da. Da sind irgendwo nämlich... Zombies auf ziemlich weit Entfernung. Da drauf nach Schrägen legen. Wie gesagt, hat er aber einen Jilly an. Ja, super. Hat er... Ja, Schräge runtergucken, die legen dann natürlich, ne? Also schräg mit dem Kopf nach unten. Ja. Auf dem Berghang. Richtig. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch nicht. Als er dann irgendwann angefangen hat, auf mich zu schießen, war er meiner Meinung nach... Könnte dann noch so ein Zweiter-Spiel gewesen sein, der da rumgerannt ist. Oder ein Zombie. Keine Ahnung. War irgendwas Prägnantes vor ihm? Ein Hangar oder sowas? Nee, vor ihm war gar nichts. Da war so eine Schräge und der Bart auch schon. Seid ihr noch, als ich ihn beschossen habe, ist dann ein bisschen in die Krochen? Oh, hier ist ein Zaun. Aber jetzt nicht, hier ist kein Kack-Loch im Zaun. Also anschleichen bräuchten wir nirgendwo, mit dem Husten. Da hier ist kein verschissenes Loch im Zaun. Ach, der Zaun. Nein, hier will ich den Bogen laufen. Oh, ich sehe dich, bin hinter dir. Hey, bleib mal ein bisschen auf Abstand. Ja. Oh, der geht mir auf die Eier, Junge. Ach. Oh, alter. Der läuft und läuft. Also kann gleich sein, kann sein, dass sie gleich in Cherno-Bus rauskommen oder so. Wenn es noch weiter geht. Ja, ich glaube, den Zaun kannst du von hinten umlaufen. Der Dinger, lass uns nach Elektro laufen. Ja. Da ist immer was los. Da haben wir so einen kleinen Airfield-Sniper gefunden. Ah. Ich überlege auch gerade, ich hätte auch eigentlich... Motorrad, warte mal. Motorrad oder ein Auto. Motorrad hier. Motor läuft. Ich überlege gerade, ob ich mir den Motorrad schnappe und abhaue. Ich habe gerade mal ein Schrein gehört. Ein Heli, ziemlich flach. Okay. An der Scheune schon vorbei, die rechts war? Ja, ja, bin ich schon vorbei. Ich überlege gerade, was ich gerade gehört habe. Ich habe die gerade so einen... Gehört. Warum stehe ich hier? Kann doch nur eine Falle sein. Na, warte, ich spiele gerne den Hasen, ich bin eh krank. Dann kannst du einen Wechsniper an. Mach mal die Effekte bei mir, lauter. Okay, ich bin auf dem Weg zum Motorrad, ja? Okay, also ich bin jetzt hier links von dem Waldstückchen. Aber ich bin jetzt genau rechts von dir. Okay. Hört. Oh mein Gott. Nix zu sehen, nein, nix zu sehen. Einer ist kaputt. Okay. Ich bin jetzt erklärt, einer. Hauptlos sind Zombies, leider. Warte mal, ich habe da Chemlights, glaube ich. Probieren wir mal weiter. Oh. Na, das hat nicht geklappt. Ach, der hustet sich einen ab. Gibt es denn irgendwo ein Krankenhaus, ey? Jetzt durchs Zaun drin, ja. Ja. Das sind zwar Zombies, aber... Wir gucken noch ein bisschen. Du, wenn nicht, kannst du mich hier auch die ganze Zeit voranlassen. Äh. Wir wollen ja, wir wollen ja, dass du überlebst. Ah, na logisch. Kann man durch die Hütte... Weil, ist hier irgendwo noch im Zaun gewesen? Auch hier. Da ist ein Tor. Fünf Minuten haben wir noch. Wie viel? Fünf Minuten. Oh, da muss ich auch fassen. Gerade durch, oder wie bist du hierrand? Ja, ja, gerade durch und dann... Du wirst ja auch ungefähr weg aus, oder du wirst ja weg aus, ey. Ich sehe dich da wie du kloppen. Der andere hat wie gesagt ein Gelirn, ja. Ja. Koffe jetzt älter auf dich. Ah, ich klopke die Zombies mal ein bisschen nach rechts. Warte mal, der ist noch weiter... Der muss noch weiter links sein, weil hier diese Schrägdinger... Was sind denn das für Steinblöcke hier? Ja, ja, der war links davon. Also, von meinem Blickwinkel aus war er rechts davon gewesen, also muss er jetzt links davon sein. Wenn er noch da ist. Gut, ich bin das bei den Steinblöcken unten schon. Unten bist du, ich bin oben geblieben. Na ja, ich muss doch mal den Zombies stiften hin. Oh, sie... Wenn man hier in so einen... Achso, da kann man irgendwie nicht rein. Keine Ahnung, was das sein soll. Okay, jetzt wird's spannend, hier muss er irgendwo gewesen sein. Ja, ich bin hier auch. Wenn du einen Husten hörst, bin ich da. Noch weiter rechts kann er nicht gewesen sein. Ich seh ihn, ich seh ihn. Stopp. Siehst du mich? Ich seh dich gerade nicht. Eik, ja, du bist neben mir, Mann. Kann sich natürlich zwischenzeitlich auch schon ausgelockt haben. Kann er. Geh nochmal weiter nach rechts rüber. Überleg gerade, ob ich die letzten paar Minuten noch nutze, um rüberzustürmen. Zum looten. Also, nach dem Neustart. Dass ich schon mal drüben bin. Ne, in dem Hangar hier kannst du looten. Da ist irgendwas drin. Könnte vielleicht medizinisch sein, weiß ich nicht. In welchem Hangar? In dem Block hier, in diesen Blöcken. In einem Block liegt auf jeden Fall Zeug drin. Gut. Dann ne, ich mal gucken. Achso, die anderen waren nämlich zu. Ja, toll. Schön einmal quer rüber hier. Wenn ihr irgendwo einer Snipert. Braut's mich erstmal um. Rauchgranate. So, hier hinter dir. Ja. Ne, ne, na. Ach, hier eine Rauchgranate. Sehr schön. So, wie steht. Kommt da nicht drin. Bei mir läuft jemand. Zombie ist hinter dem Block. Ja. Da habe ich auch gerade gehört. Das ist schon ein komischer Scheibenblock, Alter. Da kann ich auch in so einen Block drin. Den geht ja mal rin. Wollen wir uns auswachen dann? Nein, ich gucke mich ja nicht einfach aus. Mein Visier reflektiert ja auch nicht schlecht. So, sag, wenn du nicht auswachst. Nein, ich muss 10 Sekunden warten. Und? Ja. 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 Und? på. Vielen Dank.